Wir werden euch heute erklären, was es mit dem Begriff Perpeto Mobile auf sich hat. Schon viele Personen haben versucht, eine Maschine zu konstruieren, die mehr Energie liefert, als man ihr tatsächlich zuführt. Es soll sich also etwas stets bewegen, drehen etc., ohne dass dem System zusätzlich Energie zugeführt wird. Nach dem ersten thermodynamischen Hauptgesetz, bei dem es um Energieerhaltung geht, also dass Energie nicht aus dem Nichts erzeugt werden kann oder gar zerstört werden kann, kann ein Perpeto Mobile erster Art nicht existieren. Das heißt, eine Maschine, die aus dem Nichts Energie liefert. Dennoch haben wir eine scheinbar ewige Bewegung stets vor unseren Augen und zwar die Bewegung der Himmelskörper. Die Frage lautet also, kann man Gravitation nutzen, um ein Perpeto Mobile zu realisieren? Erste Aufzeichnung in Europa, datieren zurück ins 13. Jahrhundert, wo man quasi diese Gewichtskraft für die Verwendung von Perpeto Mobile ausnutzen möchte. Ein klassisches Beispiel haben wir hier, das ist dieses Rad mit diesen montierten Hämmern dabei. Auf der einen Seite drückt quasi diese Hämmer nach unten, das ist die Gewichtskraft. Das Problem dabei ist, dass genau die gleiche Energie benutzt werden muss, um diese Hämmer auf der anderen Seite wieder in Bohr zu heben. Stößt man nun dieses Rad an auf der einen Seite, wird sich dieses Rad so lange drehen, bis diese zugeführte Arbeit durch das Anschubsen durch die Reihungskraft kompensiert wird. Nun zurück zur Fragestellung bezüglich der Bewegung der Himmelskörper. Unser Sonnensystem besteht schon so lange, dass man sich nun die Frage stellt, naja, wird das jemals aufhören? Ist das ein Perpeto Mobile? Und die Antwort ist nein. Auch unser Sonnensystem findet irgendwann sein Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017